Bis heute sind sie 1A. Alle fanden die Vorstellung super, die ich gemacht habe. Ich habe ja gesagt, ich werde als Sieger aus dem Ring gehen und habe es ja dann auch so bewiesen. Deswegen alles gut und warten wir ab, was jetzt weiter wird. Jetzt erst mal Training und dann ab nächstes Jahr werden wir dann sehen. Viel darf ich noch nicht verraten. Aber momentan kann ich ein bisschen locker machen. Ab Januar dann wieder halt Diät und hartes Training oder trainieren tue ich ja so so weiter. Deswegen kann ich jetzt auch mal so eine Weihnachtsgranz mir gönnen. Das ist kein Thema.